Herzlich Willkommen im Müller-Welt-Kontaktlinsen-Institut. Sie möchten sich über Kontaktlinsen informieren? Dann vereinbaren Sie doch gleich einen Termin mit uns. Wir nehmen uns gern eine Stunde Zeit für Sie, denn jede Person hat andere Vorstellungen vom Kontaktlinsen-Tragen. Möchten Sie vielleicht nur eine Alternative zur Brille, zum Beispiel zum Sport? Oder vielleicht benötigen Sie Kontaktlinsen zum Ausgleich einer besonders ausgeprägten Hornhautverkrümmung? Mithilfe modernster, berührungsloser Messtechnik untersuchen wir Ihre Augen. Anschließend werden die möglichen Alternativen besprochen. In Verbindung mit unserem Labor lassen neueste Materialien und Formen fast keine Wünsche mehr offen. Vertrauen Sie uns. Wir ermöglichen Ihnen einen klaren Durchblick mit Kontaktlinsen. Und das ist ganz offen. Dann sehen wir uns. Vielen Dank. ину